Ich, Wolfgang Rademacher, helfe Ihnen auf der www.erfolgsonline.de zu der Einstellung des Niemals aufgeben. Bleiben Sie stark! Machen Sie Ihr Fahrzeug zum Sparzeug. So einfach ziehen Sie hohe Autokosten aus dem Verkehr. Muss das Autofahren eigentlich so verdammt teuer sein? Sind Sie wirklich machtlos gegen geldgierige Verkehrsrichter, Autoschrauber, Händler und Tankwarte? Nur dann, wenn Sie diesen Ratgeber nicht lesen, stoppen Sie endlich Ihr kampfloses Dasein als Melko der Nation. Geben Sie Kontra. Nutzen Sie Ihren Pkw clever und kostengünstig. Das ist einfacher als Sie glauben. Sind Sie beruflich oder privat auf Ihren fahrbaren Untersatz angewiesen? Und sind Sie es leid, dass Sie als Pkw-Fahrer inzwischen von allen Seiten abgezockt werden, als seien Sie unter die Räuber gefallen? Dann wird dieser Ratgeber ein Segen für Sie sein. Es ist schon erstaunlich, mit welcher Dreistigkeit in Deutschland Autofahrer mehr und mehr zur Kasse gebeten werden. Dabei bezahlen Sie schon jede Menge Auto- und Mineralölsteuer und müssen dennoch mit maroden Schlaglochpisten, verstopften Straßen und baufälligen Autobahnbrücken leben. Von zweifelhaften Politalbträumen wie einer Pkw-Mount, wozu gibt es eigentlich die Kfz-Steuer, mal ganz zu schweigen. Lassen Sie sich das nicht länger gefallen. Holen Sie sich die Freude am Fahren zurück mit diesem Ratgeber, der Autofuchs. Lassen Sie sich von einem erfahrenen Autofuchs zeigen, wie Sie beim Autofahren so preisfünstig davon kommen wie noch nie. Ich, der Autor dieses fantastischen Buches, musste als Unternehmer sehr viel Zeit mit dem Autofahren verbringen. Mehr noch, viele Jahre lang war ich auch noch als Taxifahrer aktiv. Profitieren Sie doch von diesem einzigartigen Wissen. Ich zeige Ihnen verblüffende Tricks, mit denen Sie beim Fahren mehr Spaß haben und weniger ausgeben. Ab jetzt frisst Ihr Auto nur noch Kilometer, aber kaum noch Geld. Der Autofuchs drosselt die Kosten für den Unterhalt Ihres Wagens gleich mehrfach. Weniger Tankkosten, wie Sie Ihren Spritverbrauch schlagartig um bis zu 20% senken können. Weniger Werkstattkosten, wie Sie Autoreparaturen 40% billiger bekommen. Weniger Anschaffungskosten, wie Sie tadellose Neuwagen zum Spottpreis einkaufen. Legal, versteht sich. Weniger Pferdverlust, wie Sie Ihren Gebrauchten zum Ferrari-Preis verkaufen, egal wie mitgenommen er aussieht. Weniger Strafkosten, wie Sie aus gut, wie jeder Verkehrsgerichtsverhandlung als Sieger hervorgehen und vieles mehr. Mit diesem Ratgeber fahren Sie deutlich besser. Würgen Sie die ständig Abzocke ab wie ein Motor. Treten Sie die Kostenbremse voll durch. Dieser einzigartige Ratgeber ist prallvoll mit Spar- und Fahrtipps, die es wirklich in sich haben. Mit diesem Wissen machen Sie geldgierigen Zeitgenossen bei Mineralölkonzernen, im Verkehrsgerichten oder gar in der Politik einen Strich durch Ihre schmutzige Rechnung. Sie haben ein Recht darauf, so kostengünstig wie möglich zu fahren. Und dieser Ratgeber liefert Ihnen die Mittel dafür. Kostenlose Informationen finden Sie auf www.erfolgsonline.de. Gehen Sie Ihren Weg. Bleiben Sie stark. Ihr Wolfgang Rademacher